Mädels, Glückwunsch zum Vize-Weltmeister-Titel. Ehrlich gesagt, für mich sah es auf der Strecke mal lange Zeit so aus, dass ich dachte, heute könnte es knapp werden. Habt ihr das selber gemerkt? Nö, also ich habe es nicht so gemerkt. Melli hat ein bisschen gesehen, aber ich bin ab der 500 hatte ich irgendwie den Tunnel und habe mir gedacht, wie wir es besprochen haben, einfach weiter und ja, Endspurt, so wie es geht. Okay, und Melli, du hast es gemerkt und konntest cool bleiben oder was sind dir Gedanken durch den Kopf? Ja, also ich habe gemerkt, dass wir am Start nicht so gut waren, aber ich wusste auch, dass das bei uns immer so ist und wollte dann auf der Strecke eigentlich ein bisschen mehr, aber habe dann Tabea auch vertraut und wusste, die macht es schon und hinten konnte man ja dann auch nochmal alles geben. Ja, Glückwunsch! Feiert schön und Tabea, wir freuen uns auch noch auf ein weiteres Rennen. Ja, Glückwunsch dafür!